Immer noch mit dabei sind Bananipik von Orkrich im Geschmack als die Restauratorin Fräulein Peters und der Steffen von Amtavären Dresen, je nachdem wo ihr ihn sucht, als Herr Spatz, der Mensch der Dinge erledigt. Das ist deine richtige Berufsbeschreibung. Ich glaube, diesen Beruf gibt es nicht wirklich im Regelwerk von Cthulhu. Aber es ist ja auch ein regelwerkübergreifendes Abenteuer. Genau. Das Abenteuer gibt es in verschiedenen Versionen, systemagnostisch oder für Cthulhu und eben auch in der Nobelversion mit allen möglichen Handouts, von denen wir schon in kleinen Stapel hier angehäuft haben. Und zuletzt habt ihr den Papyrus gefunden, den eure Figuren auch länger gesucht haben. Aber sobald ihr seiner Habhafen wurdet, ist euch dunkel geworden. Für einen Moment seid ihr durch Finsternis gestürzt, habt ein gigantisches Maul gesehen, das sich unter euch öffnet. Und dann seid ihr auf Sand gelandet. Und da setzen wir wieder ein. Nach dem Gefühl, so lange zu fallen, ist es vor allen Dingen überraschend, dass der Sturz nicht tödlich endet, sondern tatsächlich sogar fast sanft, so als wärt ihr nur vielleicht einen halben Meter tief gesprungen, auf Sand aufprallt und vor einer Wand euch wiederfindet, während eure Füße in dem relativ weichen und auch warmen Sand versinken, auf dem ihr gelandet seid. Und die Wand, die ihr für euch seht, ist versehen mit bemalten und auch erstaunlich bunt wirkenden Reliefs, die eine ganze Reihe von Gestalten zeigen, im Profil mit erhobenen Händen, in denen sie Schalen halten. Oben darüber eine Sonne mit vielen Händen und ein Symbol, das an einen Weiden, einem Liefenzweig, Weidenzweig oder ein Kraut oder dergleichen erinnert. Und dann, dass du dich vage erinnerst, auch von der Darstellung des Reliefs, um das es generell geht, das ihr jetzt schon eine ganze Weile sucht, das in der Mitte oben, das wie ein Zweig oder ein Baum, ein angedeuteter aussieht. Und lange Bänder von Hieroglyphen laufen senkrecht diese Wand hinauf und hinab. Und in der Mitte, zentral, ist eine Stelle leer, eine Vertiefung, ungefähr in der Höhe, oben leicht abgerundet. Ziemlich exakt der Größe des Gegenstandes, den ihr eigentlich sucht. Mit ein paar Spuren am Rand, als habe dort jemand einen Meißler angesetzt und etwas herausgeschlagen. Frau Peter, sind Sie da? Aha. Sie waren einfach weg. Was ist passiert? Wo sind wir? Wir sind gefallen. Hinter euch erklingt Flötenmusik und leise geschlagene Trommeln. Ich tappe an die Seite, wo mein Knüppel ist. Ist da mein Knüppel noch? Ist noch da. Und so deine Halskette auch? Ja. Habe ich generell mein Kram auch noch da? Ja. Okay. Ich nehme so die Halskette ab. Glauben Sie jetzt daran? Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ich lege die Halskette an. Ich ziehe meinen Knüppel. Und verlierst man ja das Gleichgewicht, als du mittlerweile bis zur Mitte deines Unterschenkels im Sand stehst. Die Musik hinter euch wird lauter und eure Schatten tanzen über die Wand für euch, als sich Lichtquellen hinter euch bewegen. Und der Hall, den ihr vernehmt bei der Musik, deutet an, dass der Raum hinter euch noch sehr viel größer ist. Ich drehe mich um und siehe, dass der Ort, an dem ihr euch befindet, oben auf einem Art Felsversprung oder Podest ist, zu dem zwei weite, geschwungene Treppen hinaufführen. Und unter euch ist eine Halle, die von Reihen um Reihen an massiven, leichtgewölbten Säulen getragen wird, die mit Bildern übersät sind. Und am anderen Ende dieser Halle, die grob eine halbrunde Form hat, ist ein Portal, das in gänzliche Dunkelheit führt. Und davor seht ihr eine Prozession von einzelnen Gestalten, die in der Ferne und zwischen den Säulen schwierig auszumachen sind. Oder eine Beleuchtung, die aus Feuerschalen und etwas Ähnlichem besteht. Aber die allesamt irgendeine schwere Last tragen. Und vor diesem Licht und vor diesem dunklen Durchgang seht ihr zwei hohe, an dem Thron oder Ähnliches gemahnende Sitze. Und ihr könnt auch nur ausmachen, dass es Sitze sind, weil ihr wahrgesehen könnt, dass die Arme, die Ellenbogen und eine einzelne Hand von den Personen, die darauf sitzen, zu erkennen sind. Der Sand kriecht höher, beziehungsweise ihr sinkt tiefer. Ich versuche mich raus zu bewegen. Ich mache mal einen Wurf auf Stärke. Das würde ich auch versuchen. Nee, das wird, glaube ich, nichts. Nee, das wird nichts. Du kannst dich nicht befreien und windest dich hin und her. Ich gebe sieben Punkte Glück aus. Es gelingt dir tatsächlich, mit voller Kraft zu treten und einen Wein herauszuziehen, wodurch dir Druck nachlässt und der Sand mit einem plötzlichen Rieseln und dem Geräusch wie von fallendem Wasser abwärts sinkt und dich in die Tiefe reißt. Und Fräulein Peters hinterher. Ihr rutscht einen schrägen Gang hinab, Sandstein behauner, glatt in die Dunkelheit. Das ist das Erste, was ihr noch seht. Danach könnt ihr ihn nur noch spüren, wenn der Sand ringsum euch kratzend und wirbelnd euch regelrecht hinwegspült. Ihr könnt dieses von vorbeiziehenden Nähten im Stein spüren. Und dann gibt es noch eine weitere Sekunde, nicht mal eine Sekunde, von freiem Fall, bevor ihr erneut auf Sand fallt. Es ist dunkel. Vollständig. Ich suche nochmal eine Taschenabbe. Herr Spatz, sind Sie noch da? Ja. Taschenabbe da? Ja. Da versuche ich dich einzumachen. Mach mal einen Wurf auf Glück. Ich habe jetzt noch 71. 41. Klick. Das Licht geht an. Sie flackert kurz, aber dann kannst du ihren etwas schummerigen Strahl richten. Du siehst, du befindest dich in einer länglichen Kammer, in der jetzt ein recht hoher Haufen Sand sich befindet, der auch euren Fall gebrochen hat. Und von oben rieselt kontinuierlich Sand weiter nach. Mit einem Geräusch, das fast berührende. So, haben wir Ausgang. Es gibt einen Ausgang links, der umringt ist von weiteren Hieroglyphen und Symbolen. Und aus dem Sandhaufen, aus dem du dich aufrappelst, ragen zwei Beine hervor. Ein Fuß in einem Schuh, der andere nur mit Sockel bekleidet. Und hinten in der Ecke sitzt eine zusammengekauerte Gestalt. Frau Peters, da drüben, da ist ein Ausgang. Hallo? Ist da jemand? Keine Reaktion. Herr Schafferat. Ich gehe ein paar Schritte zurück. Herr Michalowski? Sind Sie das? Nichts. Ich nehme den Knüppel weiterhin und versuche mich zu der Person, die da hockt, zu arbeiten mit der Taschenlampe vorsichtig, bereit zu schlafen. So, bei den ersten zwei Schritten denkst du, die bewegt sich gar nicht. Bei den nächsten zwei Schritten denkst du, die ist sehr, sehr dünn. Dann die Hautfarbe. Diese Person ist tot. Sie ist auch schon eine ganze Weile tot. Und die Haut ist gänzlich eingetrocknet zu einer dicken, wie aus Leder und Wachs bestehenden Schicht über dem Schädel eingesunken und mit nur noch so graustaubig wirkenden Überresten von Augen tief in den Hunden versunken. Und inzwischen die verkrümmten, trockenen, eingekrümmten Finger gekrallt sind noch eine ganze Reihe von Papierseiten. Ich stürze so ein bisschen zurück auf den Boden. Verflucht! Machen wir mal einen Buch auf geistige Stabilität, um zu schauen, wie sehr du wirst verfluchst. 30 von 80, ist gut. Dann verlierst du nur ein W3. Was ist ein W6? Ich weiß nicht, die Hälfte ist. Achso, ja, klar. Das ist ein 3. Mathe! Hatte der noch eine Kleidung an, wie von einem Arbeiter? Nein. Okay. Der hat tatsächlich einen, würdest du sagen, einen Leinenanzug, einen altmodischen an. Hier ist ein Toter. Ich glaube, das ist schon etwas länger hier. Irgendwas ist in seinen Händen und hier ist das Tor mit den Hieroglyphen, aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Leuchten Sie mal das Tor an. Ich würde mir die Hieroglyphen angucken wollen, ob ich sie ein bisschen so grob wie der Ecke von unseren Aufzeichnungen bisher. Du leuchtest hoch. Mach mal einen Wurf auf Bildung oder Intelligenz. Ja, das sind 28 von 70. Du erkennst ein paar wieder, die du jetzt schon oft genug gesehen hast. Und das sind die, die als schwarze Sonne identifiziert wurden. Okay. Der Rest ist ja unverständlich. Kleine Gestalten, Symbole. Und kommen wir jetzt hier irgendwie raus? So gut ist meine Kenntnis der altägyptischen Hieroglyphen nicht. Ich kenne nur das Symbol der schwarzen Sonne wieder, das immer wieder aufgetaucht ist in den Artefakten. Das war's. Ja gut, dann müssen wir uns mal mit den Kollegen hier angucken. Ich gehe ein Stück näher zu den Typen und würde versuchen, ihm die Sache aus der Hand zu reißen. Ein paar davon zerfallen direkt vollkommen trocken zu Stau. Die letzten paar haben genügend Zusammenhalt, dass du sie sichern kannst und mit der Taschenlampe draufleuchten. Ich sehe auf eine Alkohol und gebe die direkt wieder. Oktober 1867 steht bei mir drauf. Welche Narren waren wir, schlugen jede Warnung in den Wind. Es gibt Dinge jenseits der menschlichen Vorstellungskraft, die niemals das Licht der Welt erblicken dürfen. Die alten Priester Ägyptens schufen diesen lebenden Kerker. Sie konnten es nicht töten. Nur lange dafür... Sorge. Nur Sorge dafür tragen, dass es niemals auf Erden wandelt. Ich weiß, dass es auf der anderen Seite lauert, um meine erbärmliche Seele zu vertägen. Es grämt mich. Nicht, dass ich hier nicht sterben werde. Nicht, dass ich meine Jule, meine Seele keine Erlösung finden würde. Nur dumm, dass sie diesen Halbtraum zu meinem Leben erwecken. Die Schrift wird immer unleserlicher, wie du merkst. Unsere Glaubung oder des Fortschritts uns übermächtig wehren. Wir sind nichts im Vergleich zu den uralten Mächten Ägyptens, den Mächten jenseits der Zeit und des Raums. Und hier ist diese Gestalt wieder. Das ist die Steintafel. Und da unten steht doch irgendwann, dass er sich nicht mehr entziffern kann. Das Segel muss... Das kannst du nicht lesen. Das Segel muss wieder angebracht werden. Möge irgendjemand uns alle retten. Ich habe ihn losgeschickt. Er ist nun unsere letzte Hoffnung. Simons? Simons? Irgendjemand wurde losgeschickt. Ich würde die Juroblüfen nochmal mit dem Tor abgreifen wollen, die auf dem Zettel sind. Also die schwarze Sonne, hast du ja schon gekannt. Und du siehst dann eine ganze Menge, die da nicht drin sind. Aber du findest tatsächlich Gehen oder Wandeln ohne Schmerz oder in Sicherheit alle Pforten und dann tatsächlich den Mantel und Gewand der schwarzen Sonne oder der Dunkelheit. Und dann sind darüber noch mehrere Sachen in der Reihe angebracht. Weg der Klinge oder Weg mit und Klinge, Garten und Schlange, Atem und Kahr. Habe ich das Gefühl, dass die Person versucht hat, das zu übersetzen, was auf dem Tor steht? Also zumindest war diese Person einiger Begriffe, die in Hieroglyphen geschrieben wurden, einiger altegyptischer Worte, mächtig. Ich würde nochmal zu der anderen Figur zu gehen, die im Sand steckt. Ja, da ragen die Beine raus. Und während sie dies, versuche ich den rauszuzerren. Das geht überraschend leicht und steuert es zurück, denn auf Gürtelhöhe hört das auf. Mach einen erneuten Wurf, Kastik-Stoff-Lied. Warum tue ich das überhaupt? 65 geschafft. Dann nochmal ein W3. Rein. Hat der irgendwas in den Taschen oder so? In den Taschen? Es ist ziemlich widerlich. Oben endet es abgeschnitten oder durchgeschnitten. Und das ist alles verklumpt mit dem Sand, in dem es lag. Zu so einer seltsamen, krustigen Masse, die auf ganz bizarre Art und Weise an paniertes Schnitzel erinnert. Und metallisch riecht. Und du tastest das ab und stellst fest, er hat ein Sturmfeuerzeug in der Tasche. Und eine Packung Zigaretten. Ich stecke den wieder in den Sand und verbudel den einfach. Ja und jetzt? Ich meine, wir haben einen Ausgang. Ich glaube nicht, dass das ein guter Weg ist, aber... Aber was müssen wir damit jetzt wahrscheinlich machen oder so, oder? Also was steht da? Das, was der Herr hier auch aufgeschrieben hat. Schwarze Sonne, dunkler Gott wandeln, Mantel, Gewand, sicher, ohne Schmerz, Alle, Fahrte, Ausrufezeichen, Fahrt, Weg, Klingegarten, Lieber, Odem, K. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Sie? Nein, auch nicht. Aber es war nur ein Torbogen, oder? Sie können die Uhrzeit einfach durchgehen. Und dahinter seht ihr einen, also wenn du reinleuchtest mit der Taschenlampe, einen schmalen Gang, wo man tatsächlich sich fast seitwärts drehen muss. Ach ja, schön. Und ihr seht auch, dass der nach zehn Schritten oder so nirriger wird, dass man regelrecht kriechen muss. Ach, schön, ja. Wie klaustrophobisch sind Sie? Also Sie haben eine Wahl, aktuell. Hier bleiben und so enden, wie der Herr hier. Ich frage mich nur, warum der Herr hier gesessen hat und nicht da durchgegangen ist. Er hatte ja scheinbar Angst vor irgendwas, wo ist der andere Seite? Und die andere Frage ist, warum der Kollege da hinten nur noch zur Hälfte da ist. Nicht, dass der andere versucht hat, da durchzuklettern. Und dann wurde er da rausgezehrt und hier beerdigt, oder? Dann schrieselt der Sand immer noch hinter euch. Gut, ich glaube, wir haben keine Wahl. Gehen Sie voran? Sie haben die Taschenlampe. Sie haben das Schutzamulett. Gehen Sie um die Taschenlampe? Gehen Sie um die Taschenlampe? Ich bin ja die Taschenlampe, bereite meine Krippe. Machen wir einen Wurf auf Verborgenes erkennen. Das sind... Ich gebe drei Glückspunkte aus. Du siehst ein paar Blutspritzer auf der Schwelle und einen etwas tieferen Spalt zwischen mehreren Steinen, aus denen das erbaut ist, auf Hüfthöhe. Ich würde irgendwas aus meiner Tasche nehmen. Ich weiß nicht, ob das alles groß genug ist, aber ich würde meine Zigarettendose mit Zigaretten nehmen und da so reinwerfen und gucken, ob ich etwas auslösen kann. Du Taschenlampe mit der einen Hand reinwaschen, mit der anderen reinwerfen. Es fliegt und auf einmal ergibt es ein Geräusch von einer zuschnemmenden Bärenfelle und so ein... Und so auf Hüfthöhe fährt, so schnell, dass ihr es fast gar nicht sehen könnt, eine Klinge einmal durch diesen Raum. Und dann langsam wieder zurück. Klinge. Fahrt der Klinge, die in den Garten führt. Oder der in den Garten führt. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn wir es unten machen? Ob wir einfach kriechen sollen? Also die Klinge war ja auf Hüfthöhe, das heißt, wir könnten so auf den ersten drei Schritt... Dann ist sie einmal aus der Wand gekommen und dann wieder zurückgefahren. Man könnte versuchen, zu kriechen. Ich nehme die Zigarettenpackung, die der Typ dabei hatte, und werfe sie weiter hinten in den Garten und gucke, ob da was anderes passiert. Und sie kommt senkrecht auf und aus der Decke. Eine Klinge, zack, einmal mittig. Und das ist ein ziemlich schmaler Gang. Es werden noch mehr Klinge selbst im Gang. Sicher ohne Schmerz. Okay, wir werden mal wandeln. Sicher ohne Schmerz. Ein Mantel. Die brauchen so etwas wie ein bestimmtes Kleidungsstück. Schwarze Sonne, wandeln. Der Typ hat den Gewand an, oder? Nee, der hat den alten, halbomischen Anzug an. Okay. Ich würde mir wahrscheinlich jetzt noch einfach sehr intensiv alles angucken. Also du meintest, das war zusammen, oder einigermaßen zusammen konnte man wandeln ohne Schmerz sehen? Mm-hmm. Mantel ohne Schmerz. Mantel, Gewand, von schwarze Sonne oder Dunkelheit. Ich mache das. Ich gehe zu dir. Machen Sie mal das Licht aus. Wow. Mach das Licht aus. Und dann werfe ich das Sturmvorherrzeug rein und höre, ob ich was höre. Klick, klick, kling, 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 kling. Hat man die Knie gehört? Nein. Das Einzige, was du sonst noch hörst, ist vom Sand, der jetzt auch langsam wieder über eure Schuhe schwappt. Mm-hmm. Okay. Also gut, ich mache das schon. Ich gehe auf die Knie und gehe schon vorne so auf die Knie durch. Versuche, um wirklich schnell durchzukommen. In der Dunkelheit. In der Dunkelheit. Tastest dich voran. Unterwegs will ich dann das Fahrzeug laufen. Hinter dir den Sand. Und das Erste, was dich überrascht und auch ein bisschen erschreckt, ist ja, dass du das erste geworfene Zigaretten-Etui findest. Das sehr verdellt ist, weil es von der Klinge kurz gestreift wurde. Und tastest dich weiter. Es passiert weiterhin nichts. Du hörst dir das vom Sand und den Herzschlag. Dann berühren deine Fingerspitzen beim Vorwärtskriechen die andere Zigarettenpackung. Und dann schließlich mit einem leisen Klack dein Sturmfeuerzeug. Und du kommst an die Stelle, wo der Gang niedrig wird, sodass du auf jeden Fall kriechen musst. Dann würde ich durchgehen über die Überzeugung rufen. Alles okay. Ich überlege halt gerade. Es gibt noch einen Garten. Und wie Paoden. Das heißt, wir werden eventuell mit Gift noch zu tun haben. Ja, hervorragend. Vielleicht muss man die Luft anhalten irgendwo. Das kann sein. Wie gut können Sie die schwimmen? Gar nicht. Ja, gut wird schon irgendwie. Kommen Sie? Ja, ich würde tatsächlich auf allen Vieren lang krabbeln. Du und du? Ich warte erst mal auf sie. Und wenn sie aufgeschlossen wird, gehe ich weiter. Irgendwann spürst du das Pack, Pack, Pack von ihrer Tassen in Hand an deiner Schubenspitze. Und dann bewegst du dich in den niedrigen Kriechgang hinein. Der Boden unter deiner Hand wird auf einmal zu einem Metallgitter. Okay, da würde ich kurz warten. Metallgitter? Hier ist so eine Art so ein Gitterboden. Soll ich das Licht wieder anmachen? Oder eher nicht? Der Viper-Odem. Wölf mir mal auf Horchen. Oh Gott. 70. 72 gibt zwei Punkte Glück raus. Wer ist denn? So ein leises Schaden. Dann. Ich habe mir so eine Schlange. Das Geräusch, als würde jemand die ganze Zeit leise Stoff. So. So ein leises Reiben. Und dann ein leises... Immer wieder. Wie weit ist das weg? Es ist unter dir. Vielleicht zwei Meter oder so unter dem Gitter. Kann Schlangen gut sehen? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Ich habe Naturkunde 20%. Kann ich versuchen herauszufinden, ob Schlangen sehen oder riechen oder so? 47. Ich mache jetzt das Licht wieder an, okay? Und beiße meinen Knüppel breit. Klick. Und du siehst für einen Moment, ja, du befindest dich auf einem Metallgitter. Unter dir ist eine Grube, die voll ist mit sich ineinander windenden Wirbeln von Schlangen mit bunten Schuppen, die sich jetzt aufrichten, bewegen. Das Rascheln wird intensiver. Und dann gibt das Gitter unter dir nach und löst sich mit einem Klacken. Und du kannst mal einen Wurf auf Athletik machen. Oder wie es heißt. Klettern? Ja, klettern. Ja, zum Beispiel. Kann ich auch noch versuchen, nach ihm zu greifen? Ja. 69 von 70? Das sind 66, 66. Okay, noch besser. Du kannst dich gerade eben noch festhalten und baumelst mit den Händen gekrallt in das Gitter, mit den Füßen so ein Stück über dem Kopf einer Schlange, die sich hochreckt. Ich klettern wieder hoch, klettern schnell wieder hoch. Nichts, keine gute Idee, keine gute Idee. Licht aus. Jetzt, weil ich wieder oben bin, weil ich nicht viel aus. Du hörst immer noch das Zischeln und das Hin- und Herrutschen und Scham der Schlangen und dann ganz langsam, als das Gitter wieder einrastet. Jetzt wissen wir zumindest, dass die Schlangen weit genug weg sind. Schwarze Sonne, sicher ohne Schmerz. Einfach durch, einfach ohne Licht. Weiter geht's. Du wirst weiter. Nach ein paar Metern ist das Gitter vorbei und unter deinen Händen ist wieder Sandsteinboden. Was kommt als nächstes nach dem Beeper-Odem? Nur K. Was war K nochmal? Die Sonne. Nein. Gott. Du weißt es nicht. Okay. Ich mache jetzt kein Licht an. Ich kenne K nur als Schlange. Die hatten wir gerade schon. Ich weiß. Nein, machen Sie das Licht nicht an. Ich gehe jetzt einfach weiter. Ja. Taste mich weiter. Und dann? Und schmerkst du, weil vorher ist immer auch an deinen Schultern der Hinterkopf, weil der mich geschabt hat, dass der Raum nach oben und zu Seiten der Gang wieder breiter wird. Und dann hörst du vor dir Flötenmusik und Trommeln. Ich glaube, wir sind da. Und dann noch erst ein Lichtschimmer. Und der Gang öffnet sich in die große Halle, die ihr eben von oben gesehen habt. Die massiven Säulen, zwischen denen sich Gestalten bewegen. Was macht Fäulein Peters? Ich folge ihm. Solange ich keine Schmerzen schreie oder ähnliches von ihm höre, folge ich. Sind Sie doch da? Wobei ich höre, dass er sich bewegt. Und dann, ja, Trommeln, Flöten, Rasseln und dergleichen. Und dann seht ihr diese Halle und vor euch einen Berg. Von wo kommen wir in der Halle? Sehen, gucken wir auf die zwei Drohne oder? Ihr guckt von hinten auf die beiden Drohne. Also kommen wir aus dem dunklen Gang, sozusagen, den wir von oben gesehen haben. Ich will einfach schleichen. Nein, die riesige Öffnung ist immer noch an der Wand gegenüber. Okay, okay, okay. Ich würde quasi vor dir stehen bleiben kurz. Dann würde er so... Ich sehe dich nicht leise. Ich würde versuchen, vor vor zu schleichen. Die Beleuchtung ist so schlecht, dass ihr vor allen Dingen nur ausmachen könnt, dass vor euch einen Haufen von Irgendetismus ist mit sehr unregelmäßigen Umrissen. Und gestalten sie sich langsam, jeweils einzeln entlang der Wände, von dem was vorne passiert, auf diesen Berg zu bewegen. Dann würde ich erstmal stehen bleiben, erstmal gucken, was passiert. Und das tritt einer von den Gestalten näher. Und als du sie hinschaust, siehst du, die hat keinen Menschenkopf. Und als sie den Körper neigt und die Arme ausstreckt, um etwas zu heben, siehst du, dass der Kopf am ehesten vielleicht an eine Art Hund oder Wolf erinnert, mit einer langen, schmalen Schnauze. Und das mit schwerem Garn am Hals, dieser Kopf auf den Körper eines Menschen genäht ist. Ja, beide können gerne, wenn sie das sehen, nochmal einen Wurf auf geistige Stabilität machen. Das schaffe ich. 45 und 60. Neun, ja. Ein wie vier. Wie vier. Neun, zwei. Ja, schon laut, diese Runde Menschen. Schon, ja. Und die streckt die Arme aus. Dann zieht sie sie wieder zurück, fast wie verbrannt. Dreht sich leicht und hebt etwas anderes aus diesem Berg heraus. Und dann seht ihr, dass das ein Arm und ein halber Torso sind. Wenn sie anhebt, sich langsam umdreht. Und wieder nach vorne in Richtung der beiden Throne und des dunklen Portals in der Wand bewegt. Da steht hier, dass die Gestalt sich umdreht und in Richtung der Feuerschalen und der Musik und der beiden Thronensitze davon geht mit einem Teil einer Leiche in den Armen. Und sich die nächste Gestalt nähert, deren Kopf an einen Krokodil, nein, es ist der Kopf eines Krokodils, halb verwest und mit in unterschiedlichen Richtungen abstehenden Zähnen auf den Leib eines Menschen genäht. Ich würde nochmal das rausziehen, was der Typ geschrieben hat. Und dass wir es wahrscheinlich nicht lesen können, weil es dunkel ist. Ich versuche mich da zu erinnern. Die Kreatur hält inne und ihr großer Krokodilskopf dreht sich schief. Er ist schief und dann langsam in eure Richtung und dann folgt der Menschenkörper. Die leeren Echsenaugenhöhlen starren in eure Richtung. Ich bewege mich nicht. Ich bewege mich nicht, ihr seht mich nicht. Das macht einen halben Schritt auf euch zu. Und dreht sich dann wieder weg, greift eine weitere Leiche aus dem Haufen und geht langsam davon. Wir müssen das Siegel... Wir müssen das Siegel neu machen. Aber wir kommen gleich. Wir müssen das Siegel wieder anbringen. Aber jetzt ist die Frage, wo und wie. Also wir sehen dieses große schwarze Ed nichts quasi. Diesen Torbogen. Auf der anderen Seite der Halle ist ein riesiger schwarzer Öffnung, ein Torbogen. Und ihr seht jetzt, wenn ihr so ein bisschen spät an dem Haufen von Leichen vorbei, dass die schlicht und einfach von dort, wo ihr seid, ans andere Ende getragen werden. Und dort aufgehäuft werden vor diesem Tor. Aber an diesem Tor ist nichts mehr, was aussieht wie dieses Siegel, was wir eigentlich suchen. Aber wir können mal gerne einen Wurf auf Verborgenes Erkennen machen. Die wichtigste Fähigkeit. Ich gebe neun Punkte Glück aus. Verbrenn dein Glück. Heute den Gestalten, die teilweise zerrissen sind oder zerschnitten sind, teilweise verbrannt aussehen, angeschwollene Leiber in unterschiedlichsten Kleidungsstücken, siehst du eine, die einfache Arbeiterkleidung trägt und leicht auf der Seite zusammengesunken ist. Und es ist die Leiche, würdest du sagen, nach der die erste Gestalt mit dem Wolfskopf gegriffen hat und dann zurückgezuckt ist. Dann würde ich mal versuchen, die rauszuziehen, in dem Moment, wo die gerade nicht gucken. Ziehst dran. Für einen Moment sieht es aus, als würdest du eine Menschenlawine auslösen. Dann dreht sie sich rum und ich starrte an, ein dir vertrautes Gesicht von ihrem Foto, das sie gesehen hat. Schaffe Rat. Sehe ich irgendwas an dem, was diesen Effekt auf die Monster ausgelöst haben könnte? Ja, er hält etwas fest an die Brust gedrückt. Ich versuche, ihn da schnell rauszureißen. Und hältst in den Händen diese Steintafel. Das Siegel. Das Siegel. Aber wie kommt die da oben? Das war oben, oder? Die Musik bricht ab. Auf dem Thron seht ihr, bei dem Thron seht ihr, wie von dem einen eine Hand sich ausstreckt und von dem anderen ebenfalls, wie sich die Hände zwischen den beiden fassen. Und dann könnt ihr aus dem Winkel sehen, dass die eine Gestalt anfängt, sich vorzulehnen. Und als Schattenriss erscheint langsam etwas wie ein Kopfputz oder dergleichen. Aber vor allen Dingen setzen sich die ganzen Gestalten mit den Tierköpfen, die auf ihre Leiber genäht sind, in eure Richtung, in Bewegung. Also, ich tut dir so die Hand. Ich muss einmal kurz, wir waren oben, ne? Wo wir das, wir waren oben, das gesehen. Und du kannst auch sehen, dass die Treppen, die ihr gesehen habt, mittig in der Halle rechts und links enden. Und auf beiden Seiten kommt jetzt jeweils eine Prozession langsam und gemessenen Schritts, aber sichtlich unaufhaltsam von diesen bizarren Gestalten auf euch zu. Ja, du stehst da mit dieser Steintafel in der Hand. Die Gestalten gehen auf euch zu. Die ersten sind noch 20 Meter oder so von euch entfernt und halten rechts und links an dem Leichenhaufen vorbei auf euch zu. Ich tue so, als würde ich irgendetwas Großes unter meine Weste packen. So, als würde ich irgendwas tragen. Guck dich an, halte irgendetwas unter meine Weste. Sie rechts nicht links. Ich würde die Stellenplatte an meinen Körper schieben und in meine andere Hand ein Schnitzmesser nehmen. Und ich renne los, links an diesen, versuche ich an den Kreativungsverweis zu kommen, in Richtung dieses Portals und versucht hier zu abzulenken und möglichst laut und möglichst hell leuchtet. Du, brennst einfach heller Leuchte mit Taschenbacke? Ich streite noch so ins Gesicht und lauter vor allem macht es irgendwie lauter Geräusche, schrei rum. Also der erste Effekt, den du erzählen willst, dass sie auf dich aufmerksam werden, der funktioniert hervorragend. Die ganzen bizarren Tierköpfe, halb verfaulen, halb verfallen und die Körper, die menschlichen, von denen du jetzt auch siehst, dass sie mehr vertrocknet sind, dass das lange nicht mehr lebendig ist und nur in zerschlüsseln leichte Leinengewände gehüllt sind, drehen sich alle langsam zu dir und sie setzen sich in Bewegung und das wirkt erst so täuschend ungefährlich, aber es sind so viele, dass schon nach den ersten 20 Schritten oder so, die du gemacht hast, die Lücken zwischen ihnen enger und enger und enger werden. Und in dem Moment würde ich loslaufen und rechts rum und versuchen, die Treppe hochzulaufen. Du läufst nach rechts und in Richtung der Treppe. Ich hätte vielleicht gerne einfach einen Wurf auf deine... Finanzkraft? Möchtest du die Monster bestechen? Ist das deine Absicht? Nee. Geschicklichkeit? Erstmal auf deine Levanten. Oder ich habe ansonsten noch Springen. Ich weiß nicht, ob das noch mehr davon hilft. Du läufst also einfach auf dein Geschick erstmal. Okay. 47 von 60. Ich gebe 11 Ausnahmen, um um die Hälfte zu kommen. Gut. Du duckst dich unter zugreifenden Händen mit krummen, halb eingetrockneten Fingern, deren Fingernägel gebrochen und faserig lang über diese Fingerkuppen hinausgewachsen sind. Und hindurch eine streift dich am Haar, eine erwischt kurz deine Schulter und reißt einen Saum deiner Jacke auf. Aber dann bist du ihn auch vorbei und tatsächlich auch fast auf Höhe des Treppenabsatzes links und auf Höhe der Drohne. Und währenddessen hast du tatsächlich freie Bahn. Eins von den Kreaturen steht direkt fast vor dir. Du läufst auf sie zu, aber sie ignoriert dich. Und schaut in die andere Richtung und du spürst regelmäßig beim Laufen so leises Klopfen auf deinem Brustbein und eine angenehme Wärme dort, wo das Amulett hängt. Und das schwere Gold deine Haut berührt. Du erreichst auf der rechten Seite den Treppenabsatz mit der Steintafel unterm Arm. Ich würde anfangen, auf die Treppe hochzusteigen. Schaust du dich um? Ich würde schauen, was mein Kollege... Ich würde wieder andersrum rennen und dann wieder zurück zu dem Ausgangspunkt, um diese Viecher einfach so weit wie möglich herumzuscheuchen, hinter mir herzuscheuchen. Hauptsache weg von dir. Für einen Moment siehst du die Gestalt, die sich auf dem Thron umgedreht hat, mit einer hohen schwarzen Krone, die in Gold gefasst ist. Und darunter das Gesicht, das dir schon vertraut ist, mit den großen, ausdrucksstarken Augen, der hohen, klaren und breiten Stirn und dem schmalen Kiefer mit dem Juwelen besetzten Kragen. Die Personen, die im Bahnhof dich leicht gestreift hat, die Personen, die du im Tunnel auf dich hast zukommen sehen lassen und die hier im vollen Ohr nahe deines Pharao auf dem Thron sitzt. Und neben ihr legt sich eine andere Gestalt vor, die in einem eleganten Kleid mit einem langen, fast durchscheinenden Kleid ebenfalls mit einem Juwelen besetzten Kragen angetan ist und einer goldenen Diadem und darunter ein Gesicht, dessen Haut schwarz verfallen eingetrocknet ist und zwei reinen blanker Zähne einfach hervorstehen wie kleine Elfenbeindolche. Und dann rennst du wieder zurück zu dem Gang, aus dem ihr gekommen seid. Ich will ihr Zeug erschaffen, das ist alles, was ich möchte. Okay, wenn ich nicht merke, dass er hochkommt. Die kommen hinter dir her und einige sind auf der anderen Seite an dem Berg. Du siehst, dass diese ignorieren tatsächlich vollkommen aus dem Augenwinkel. Und sie haben dich langsam eingekreist und in dem Moment siehst du, wie mehrere auch anfangen, auf den Leichenberg zu klettern und der ins Rutschen gerät. Und mit widerlichen, rutschenden, schmatzenden und quetschenden Geräuschen die Toten anfangen, auf deinen Weg zu kommen. Und jetzt mach mal einen Wurf auf Glück, von dem du ein bisschen was schon verbrannt hast. Ich bin auch bei 49. 28. Du springst über herumfallende Arme, rollende Beine und einen duck, duck, duck vor der hier rollenden Kopf hinweg. Und sprintest in Richtung dieses Endes der Halle und des dunklen Ganges durch die Nähe gekrochen seit, wenn du dich die Treppen hinauf bewegst. Ich würde auch auf dem Weg das Messer, das ich in der Hand nehme, nehmen wollen und gegen die Wand werfen wollen, die sozusagen von ihm wegführt. Wieder Wurf dann, wo er jetzt wieder wegläuft, dahin das Messer werfen, in der Hoffnung, dass es ein, zwei vielleicht ablenkt. Oder ein paar. Dann würfel mal auf Werfen. Kann ich das? Nicht wirklich. Nein. 44,25. Du wirfst das Messer irgendwo in die Halle und es gibt irgendwann Klackhaken. Zwei von den Gestalten drehen sich kurz danach um, ignorieren es dann aber wieder. Und er ist jetzt am Ende dieser Halle und es bildet sich langsam ein fast solider Halbkreis an bizarren Chimnären und Toten um ihn. Du bist die Hälfte der Treppe hoch. Ich gehe weiter hoch und werde aber langsamer, weil ich ihn im Auge behalten will und gucken will, was er als nächstes macht. Und dann stößt er jetzt mit der Taschenlampe in der Hand. Ich mache langsam auf dich zu. Ich mache Feuer an. Mit deinem Sturmfeuerzeug. Also gucken, ob das irgendwas bei ihm macht. Es kommt weiter auf dich zu. Das ist irgendwas von den Leichen vielleicht, wie Kleidungsstücke oder so. Ja. Dann wickele ich die um einen Knüppel und zünd das an. Dann versuchst du, um die anzuzünden. Und versuchst du, die damit so in den Schach zu halten. Und ruft dann, Frau Petersen, geben Sie bitte Gas. Die kommen auf dich zu, Schulter an Schulter mittlerweile. Aber du siehst knapp über ihren Köpfen immer noch den schwarzen Durchgang auf der anderen Seite. Und darin ganz langsam, wie Fackellicht anfängt, auf irgendetwas zu reflektieren. Das fast feucht glänzt so. Einzelne helle, rötlich-orangene Punkte, die in der Dunkelheit leuchten. Langsam klarer und größer werden. Du hast noch so 10, 20 Stufen. Geh weiter. Weiter. Ich werde auch wieder schneller jetzt langsam. Gut, der erste Gestein greift nach dir. Was machst du? Rausweichen. Und kann ich zurück schlagen. Kannst du auch versuchen, zurück zu schlagen. Dann versuch ich zurück zu schlagen. Ich meine 50, nur 30. 30. Tatsächlich Missinthia, also du schaffst es dich zu packen und greift nach deiner Schulter und nach deinem Arm und reißt den Arm, den du so tarnend versucht hast vor dich zu pressen, von dir weg und dann deine Jacke auf. Die toten Tiergesichter starren dich an und dann hörst du einen lauten Ruf aus der Richtung des Throns, einen lauten und frustrierten Ruf. Und der nimmt dich hoch und presst dich gegen die Wand mit der Hand, mit der er dich an der Schulter festgepackt hat. Und du nimmst nur einen Trefferpunkt Schaden tatsächlich, als dein Kopf mit einem leisen Druck gegen die Steinwand prallt. Während deine Füße in der Luft hängen. Die ins Pharao gewanderte Gestalt ruft etwas und du siehst hinter ihr jetzt aus der erhöhten Position, dass langsam etwas wie eine Hand, so groß ungefähr wie die Front des Obscuriats Valsa, sich aus der Dunkelheit heraus bewegt. Und jede einzelne Fingerspitze ist ein Maul, das sich langsam öffnet und schließt. Im Grunde ist das fast eher wie ein Schließmuskel oder wie ein Wurm vorne, der sich zusammenzieht und öffnet, zusammenzieht und öffnet. Du bist an dem Bereich mit dem Sand, durch den ihr schon einmal gestürzt seid. Kann man irgendwie erkennen, ob an den Wänden fester Boden ist an den Seiten? Oder ob ich irgendwie eine gewisse Distanz springen muss, um zu dem Tor zu kommen? Oder hat man einen Wurf auf die Idee, dass du versuchst, das einzuschätzen? Das sind 27 von 70. An den Rändern scheint der Sand definitiv langsamer zu fließen. Da hast du vielleicht noch am ehesten die Chance, tatsächlich auf die andere Seite zu kommen. Aber wirklich fest im Boden gibt es nicht. Wenn da lang gehen. Dann arbeitest du dich da rein. Ein Wurf auf Geschick. Das sind 20 von 85. Ja. Tatsächlich, du erinnerst dich dran bei so etwas eher langsam und ruhig. Nicht schnell und hastig. Nicht zu viel Kraft aufwenden. Gehen wie auf Eis. Langsam, langsam, langsam. Und mit vorsichtigem Atem und dahinstreichenden Sekunden, bewegst du dich auf die andere Seite der Wand zu. Die Hand ist jetzt vollständig zu sehen. Und senkt sich langsam auf den Haufen an Leichen herab. Der Pharao steht davor und gestikuliert. Die Leiche hebt dich erneut und schüttelt dich. Ich versuche dem das, den brennenden Knüppel so in die Armbeuge zu stecken, damit er mich loslässt. Gut. Nahkampf? Hast du gemerkt. Ähm, 31. Geschafft. Ähm, 28 ebenfalls noch. Der Betraff. Du schlägst zu und es riecht nach versenktem Tierhaar und einer von den Nähten seitlich im Hals, wo du gegengeschlagen hast. Man sagt, knack. Und der Kopf sinkt ein bisschen zur Seite weg. Aber das scheint das Ganze nicht zu stören. Es ziehen sich nur lange Fäden von halb vertrocknetem, halb verfaultem Fleisch- und Körperflüssigkeiten zwischen dem herabfallenden Kopf und dem Leichnam auseinander. Und du wirst erneut gegen die Wand gepresst. Zwei. Und du hörst dann von hinten einen Ruf, der jetzt, nachdem er mehrere andere Sprachen durchlaufen hat, auf Deutsch ruft. Wo ist es? Ist das alles, was sie zu bieten hat? Eine von den großen, zweigartigen, verkrümmten Händen legt sich um deinen Hals. Ein letzter Wurf auf Geschick, liebe Frau Peters. Fräulein Peters. Peter, du hast Glück. Ich bin kein Ernst. Ja, ich muss sehr viel Glück verwenden. Das sind, wobei so viel sind, das gar nicht. Das sind drei, acht Glück muss ich verwenden, um auf die 85 zu kommen. Acht Glück. Und kurz strauchelst du, dann fängst du dich wieder und wirst nicht in den Sand hineingesogen und stehst vor der Wand, wo die Öffnung ist. Ich würde das nicht da reindrücken wollen und irgendwie so festhalten und in der Wand halten, weil ich nicht weiß, ob es drin bleibt oder nicht. Die tote Hand schließt sich um deinen Hals, weil eine weitere sich auf dein Gesicht legt und diese Fingernägel, diese gespaltenen und krummen Fingernägel deinen Augen nähern. Und dann gibt es ein helles Aufblitzen, ein Heulen aus Richtung der Hand mit den Mäulern in den Fingern. Du siehst nur noch, wie sie sich wie eine erschrockene Schlange windend zurückzieht. Dann blitzt es erneut Licht auf, aber du würdest nicht sagen Licht, das du sehen kannst, sondern in deinem Schädel und ähnlich bei dir. Und dann steht ihr in einem unterirdischen Raum, deine Taschenlampe fällt mit einem Tung, 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 Tung zu Boden, rollt entlang und beleuchtet das Loch. Nur, dass es dunkel geworden ist mittlerweile. Leise Tröpfeln fallen ein paar Regentropfen von oben auf euch herab. Und ein paar letzte Sandkörner rieseln aus den Falten eurer Kleidung. Ja, ich würde sagen, ähm, wir werden die Polizei einschätzen. Weil wir zwei vermisste Personen haben und einen vermissten Gegenstand, den wir nicht auffinden konnten. Und wir haben mit diesem geklauten Emulett nichts zu tun. Wir geben es dem Pfandleier zurück und holen uns unsere Sicherheit wieder, die wir hinterlegt haben. Und ich werde Bäcker. Oder Lokführer. Oder Lokführer. Und mit diesem Entschluss vielleicht auch gar nicht schlecht. Züge fahren auf Schienen, die können nicht so leicht gegen Bäume rasen normalerweise. Und in einem neuen Lebenswandel würde ich sagen, beenden wir der Schlund. Und wenn ihr diese Charaktere weiterspielen könnt, dann dürfen sie jetzt dafür, dass sie es tatsächlich geschafft haben zu verhindern, dass diese Bestie erwacht, indem sie das Siegel wieder angebracht haben und den Pharao Nefrenka und seine Gattin wieder eingesperrt haben. Und dann auch, ich würde sagen, so ein W8-geistige Gesundheit wieder regenerieren. Aber das ist aber nett. Und so wie habe ich eigentlich verloren, muss ich sagen? Ich glaube, W8 habe ich verloren. Einen, okay. Zwei habe ich verloren. Ich habe einen regeneriert. Ich bekomme sechs wieder. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, Mayri. Dankeschön. Das war unsere etwas abgewandelte Version von der Schlund, die aber vor allen Dingen zum Ende hin abgewandelt wurde. Und ich würde sagen, einmal kurz durchschnaufen, geistige Gesundheit regenerieren und dann können wir übergehen in ein kleines Nachgespräch, weil wir das unter anderem auch gespielt haben, um zu schauen, wie das funktioniert.